Wir starten jetzt tatsächlich. Herzlich willkommen. Dritte Runde Begleitwebinar zum EBMUG. Schön, dass sich wieder hier eine doch relativ große Gruppe eingefunden hat, aus nah und fern und auch doch viel Beteiligung aus Deutschland, die uns freut. Ja, es wird aufgezeichnet, es wird veröffentlicht, für alle, die hier mit dabei sind. Struktur, Agenda sieht man links unten. Wir werden versuchen, uns daran zu halten. Ja, danke für die Co-Moderation gleich mal auch an Martina, die uns auch letztes Mal da so gut begleitet hat, nämlich wenn viele Chatfragen kommen, dann ist das gar nicht einfach, den Überblick zu behalten. Aber bitte für alle, die dabei sind, ganz wichtig, einfach Fragen stellen im Chat oder Anmerkungen machen. Martina schafft das alles dann zu sortieren und wir werden versuchen, dass wir da nichts vergessen. Die Aufzeichnung wird es dann auch bald wieder geben. Auf E-Mogs wird sie veröffentlicht unter einem Button-Webinar, auch das Chat-Protokoll und gegebenenfalls weitere Infos. Ja, mein Name ist David Röttler. Ich bin ja auch Teil des E-B-MOOC-Teams und arbeite für Werder Digital.at. Wir beschäftigen uns mit der Vermittlung digitaler Medienkompetenzen und deshalb ist uns auch dieser E-B-MOOC ein großes Anliegen. Ja, Wilfried, vielleicht auch ein paar Worte von deiner Seite und dann schauen wir uns auch die Umfrage an und vielleicht nochmal zum Kontext unseres heutigen Live-Online-Meetings. Ja, sehr gerne. Schönen Nachmittag aus Graz, wo der E-B-MOOC sozusagen, naja, er findet virtuell im Internet statt, aber viel dazu findet auch in Graz bei Conego, TU Graz und mit unserem Partner Werder Digital mit dem David Röttler statt. Ich freue mich, dass so viele wieder den Weg zum dritten Webinar gefunden haben. Wir haben wieder eine Reihe von Themen vor, das hast du schon gesagt, David. Wir gehen es auch in der Reihung durch, die wir hier genannt haben. Das hat sich sehr bewährt, auch beim letzten Webinar da sehr strukturiert vorzugeben, wenn so viele Interessenten und Interessentinnen und Fragen auch da sind. Ja, schauen wir nochmal kurz auf die Umfrage, die wir gestellt haben eingangs. Wir sind einfach interessiert, wie das Webinar sozusagen auch mit dem MOOC zusammenhängt, mit diesen Materialien, Videos und Anleitungen und sonstigen, die wir auf iMOOC zur Verfügung gestellt haben, zur Bearbeitung. Im Moment sehe ich da wie Modul 4, Blended Learning, E-Learning und so weiter. Wir haben jetzt hier 45, 46 inzwischen angeklickt von fast 60 Teilnehmenden, also rund drei Viertel. Und beim 5er Modul, offene Bildungsressourcen, sind es etwas mehr als die Hälfte. Das Webinar ist ja sozusagen nicht das, wo wir den eigentlichen Inhalt referieren, sondern mehr sozusagen auch das diskutieren und vertiefen und Fragen beantworten zu dem, was im Modul passiert. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auch, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, hier reinzuschnuppern und sich vielleicht den einen oder anderen Kick zu holen, zu sagen, dann schaue ich mir das Modul auch nochmal an. Gerade im letzten Drittel eines MOOC ist doch auch immer ganz gut, sich noch einmal einen Kick abzuholen, um auch abzuschließen und die Module auch nochmal fertig zu machen. Das ist ganz wichtig. Ja, in dem Sinn gebe ich zurück an dich, David. Wir steigen, glaube ich, ein in die Diskussion. Genau, wir steigen gleich ein. Aber zuerst vielleicht noch ganz kurz auf Vorstellungsrunde. Martina, zu dir. Zwei Worte. Hallo, mein Name ist Martina Süßmeier. Ich bin auch vom Verein CUNEDO und im EBEMUG-Team tätig. Heute in dem Webinar werde ich wieder den David unterstützen, ihre Fragen zusammenstellen und sie ihm geordnet zuspielen, damit wir dann demonstriert alles beantworten können. Ich freue mich schon auf ein spannendes Webinar. Danke. Super, da haben wir Lucia an deiner linken Seite. Sitzt du? Ja, hallo an alle. Hallo. Ich bin auch bei CUNEDO und im EBEMUG-Team und werde heute wieder im Chat reagieren, falls es technische Hürden gibt. Ich freue mich schon auf das Webinar. Dann haben wir Hildegund, die für Moodle hier heute da ist. Hallo, grüße euch alle. Ich bin die Hildegund Hetschko und ich arbeite bei den Wiener Volkshochschulen. Wir arbeiten seit dem Jahr 2000 ungefähr mit Lernplattformen und seit 2002, glaube ich, mit Moodle. Ich arbeite außerdem als Trainerin an der Universität Wien, als Trainer, Trainer im ganzen deutschen Sprachraum. Immer wenn es um digitale Szenarien geht. Ich habe im EBEMUG im Modul 4 unsere Lernplattform vorstellen dürfen. Und es hat sich eine ganz rege, sehr interessante, konstruktive Diskussion ergeben. Und ich hoffe, dass sich das heute fortsetzt, sodass ich vielleicht noch etwas beitragen kann zum besseren Verständnis von Moodle und überhaupt zu Lernplattformen. Super. Dann noch Marianne ganz kurz. Ja, hallo. Mein Name ist Marianne Hermane Birnschnigl. Ich bin vom Verein der AIDA in Graz auch. Wir sind ein Frauenprojekt. Wir machen Basisbildung Deutschkurs für Frauen. Und versuchen sehr viel, digitale Anwendungen einzubauen. Und deswegen haben wir eben auch die Learning Apps und diese Phase 6 Hallo App vorgestellt. Und ich freue mich über Diskussionen heute. Genau. Dazu dann gleich mehr. Birgit. Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Birgit Hild. Ich bin auch vom Verein Dammarita. Dort Kursleiterin und arbeite viel in den Kursen auch mit IKT, mit Learning Apps und auch mit Apps für Smartphone und Tablet. Und ich freue mich auch schon auf Diskussionen. Genau. Wir hatten die letzten beiden Male eine zweite Birgit da, nämlich Birgit Aschemann. Die ist jetzt wahrscheinlich noch im Flugzeug, aber sie stößt dann noch zu uns vom Flughafen. Ja, dann Martin. Jetzt auch noch zu dir. Hallo von meiner Seite. Also heute nicht als Teil des EBMUX Teams oder wie auch immer als EBMUX Betreuer, sondern also in meiner quasi oft wissenschaftlichen Funktion. Also ich beschäftige mich sehr, sehr lange jetzt mittlerweile mit Open Education Resources. Und glaube, ich treibe es vor allem für den Hochschulsektor wahnsinnig voran mit der Idee, dass die Hochschule sich vor allem aus dem Bildungsmaterialienbetrieb öffnet. Ich bin auch bei den Schulen und dem Bildungsministerium durchaus sehr aktiv und freue mich, dass ich dieses Thema auch in der Erwachsenenbildung ansprechen darf und erklären kann, warum das für mich sehr, sehr wichtig ist. Gut, fein. Das war die Vorstellungsrunde und jetzt geht es, glaube ich, in Richtung Moodle. Ja, also gerne Fragen oder auch kurze Erfahrungsberichte in Richtung Moodle. Vielleicht mal gleich die erste Frage von meiner Seite. Wer der Anwesenden verwendet denn Moodle bereits auch jetzt im Bildungseinsatz? Und vielleicht das auch in einer aktiven Rolle, in einer gestalterischen Rolle? Ja, und vielleicht auch die, die Moodle jetzt zum ersten Mal in diesem MOOC oder mit Moodle zum ersten Mal im Rahmen des MOOCs konfrontiert worden sind, könnten auch kurz eingeben. Ich habe jetzt das erste Mal von Moodle gehört, haben alle davon schon, aber vielleicht jetzt damit gearbeitet. Ja, ich glaube, das wird schon doch sehr weit, sehr weitgehend eingesetzt. Was sind denn dann so die Fragen, die da noch so gekommen sind, Hildebund? Was sind da noch so Anliegen, die jetzt da aufgetaucht sind? Ja, so eine auffällige Reaktion war, nachdem das Moodle-Modul ja nach dem Social-Media-Modul gekommen ist, dass einige Teilnehmer in diesem Übungs-Moodle sozusagen entzückt waren, dass das Moodle so gut strukturiert ist, weil die Facebook-Gruppe sozusagen ja das super und lustig ist, aber eben dieses Unstrukturierte in sich trägt. Und da gaben sich eben dann einige Gespräche darüber, ob Moodle nicht zu strukturiert ist, weil Moodle ja diese klassische Schulsituation abbildet, wo der Lehrer, die Lehrerin alles vorbereitet, alles zur Verfügung stellt, sich liebevoll darum kümmert, dass alle irgendwas zu tun haben, aber die Teilnehmerinnen nicht wie bei Facebook gleichberechtigte Menschen auf der Plattform sind und eigentlich nur eingeschränkt selber aktiv werden können. Das war so ein Thema, das besprochen worden ist. So gewisse Hierarchie-Ebenen, die sich dann auf der Gruppe ergeben. Genau, und als Trainerin, Trainer in Moodle kann ich auch alle kontrollieren und ich kann schauen, wer was gemacht hat und wer wie oft da war. Und das ist natürlich in der Erwachsenenbildung nicht adäquat in Wirklichkeit. Also das würde mich sehr interessieren, wenn es da noch zusätzliche Meinungen gibt zu dieser Struktur und zu dieser Hierarchie, die dort möglicherweise entsteht. Wer da noch irgendwie einen oder anderen Kommentar dazu posten will, wäre es interessant. Wir haben auch eine konkrete Frage von Judith, inwiefern darf ich Videos in Moodle zu bestimmten Themen verwenden, auch wenn ich das Video nicht selbst erstellt habe und der Autor das nicht mit einer Lizenz versehen hat. Ich meine, Moodle-Kurse sind ja üblicherweise geschlossen. Genau, Moodle-Kurse sind geschlossen, aber unterliegen natürlich trotzdem der Eigenschaft, dass sie öffentlich sind. Das sind keine Privatveranstaltungen. Und ich behelfe mir videomäßig einfach mit YouTube. Ja, ich verlinke alles und stelle, wenn ich selbst Videos auf Moodle stelle, dann machen wir das nur mit selbstproduzierten. Davon gibt es im Moment nur zwei. Also so viel haben wir noch nicht gemacht. Aber verlinken darf man alles meiner Meinung nach. Ja, verlinken. OER werden wir noch dazu kommen. Es gibt ja auch viele Videos unter offener Lizenz. Und was man auch darf, Martin, wahrscheinlich lege ich da richtig, einbetten sollte auch kein Problem sein, oder? YouTube-Videos einzubetten. Also ja, die Einbettung ist unproblematisch. Also der Gesetzgeber sieht es so vor, es hat lange eindeutig. Also erkennbar ist, dass die Quelle quasi von woanders ist. Das ist durch den YouTube-Player grundsätzlich gegeben. Ist also, spricht also der Einbettung nichts entgegen. Das heißt, eigentlich darf ich alle Videos auch in Moodle einbetten, die ich auf YouTube finde? Ja, so wäre man nicht einen eigenen Player verwendet, der dann suggerieren würde, es wäre ja eine Leistung. Also darum kann ich nicht hundertprozentig ja sagen, weil es wäre technisch anders möglich. Aber in deinem Sinne ja. Genau. Gut. Begleitgruppe Frauenservice fragt, wahrscheinlich nicht ganz einfach zu beantworten, was kostet die Programmierung von Moodle? Ich meine, Moodle an sich ist ja als Open-Source-System kostenlos, aber es wird wahrscheinlich üblicherweise dann angepasst werden. Kann man da einen Rahmen angeben von bis? Nein, also ich kann keinen Kostenrahmen angeben, weil wir das vor 15 Jahren gemacht haben. Es ist genau wie du gesagt hast, ich kann das Moodle im Prinzip auch selber herunterladen, als jemand, der sie technisch nicht besonders gut auskennt. Aber dann ist es eben ein schierches Moodle. Ein schierches Moodle, das unattraktiv ist und nicht userfreundlich ist. Und ein Programmierer richtet das dann ein und es kostet nicht die Welt. Vielleicht kann der Martin das besser beantworten, aber es ist keine Rieseninvestition. Man muss einen Web-Server natürlich organisieren, auf dem das liegen kann. Und Martin, sagst du, aber die Arbeit ist nicht wahnsinnig, oder? Ja, also die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil es kommt im Endeffekt auf die Größe drauf an, also wie viele Kurse sie mit wie vielen Usern usw. betreiben müssen. Ich kann Ihnen sagen, an der TU Graz, wo wir eine Größenordnung von 36.000 User haben, liegt da so zwei Server dahinter und es liegen ungefähr vier Leute, die also tatsächlich daran arbeiten. Aber wir sind eine große Institution, die das auch ausrollen müssen. Wenn Sie jetzt nur zwei Kurse brauchen, dann können Sie das was dafür zu Hause Server spielen und das alleine machen. Also ich kann die Frage nicht generell beantworten. Also es kommt auch sehr stark darauf an, weil es natürlich mit gewissen Größen sogenannte Skalierungsprobleme gibt und dann wir dann andere Infrastruktur und auch Personenbetreuung brauchen. Also das kommt typischerweise mit der Anzahl der User natürlich. Genau, das ist eine gute Frage hier von Almut auch. Ist es ungefähr so leicht oder schwer wie WordPress zu installieren? Also WordPress kann ich selbst auch noch installieren. Moodle habe ich noch nie probiert. Ist schwieriger. WordPress ist ja wirklich dazu gemacht, dass es jeder Mensch installieren kann. Und für Moodle brauche ich einen Programmierer. Also ich brauche eine Fachperson, die das für mich macht. Das würde ich mir selber nicht zutrauen. Obwohl ich mich schon lange mit Lernplattformen und so weiter beschäftige. Aber ich bin keine Technikerin und keine Programmiererin und da würde ich mir eine Fachperson nehmen. Es ist nicht so leicht wie WordPress, sage ich jetzt einmal. Gut, Elke sagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nötig ist zu wissen, was der angebotene Kurs alles können muss und dann entsprechende Adaptierungen vorzunehmen. Gibt es dazu Zustimmung? Ich meine, man muss sich überlegen, was will ich haben? Was soll der Kurs irgendwie visadidaktisch aufgebaut? Ich habe jetzt überlegt, ob das eine technische Frage ist oder eine didaktische Frage. Wahrscheinlich spielt da beides ineinander. Also technisch muss ich mich auf irgendeinen speziellen Kurs nicht vorbereiten. Ich lasse installieren das komplette Moodle und kann dann als Administratorin, das kann wieder ich selber machen, obwohl ich keine Technikerin bin, die diversen Features freischalten oder nicht. Also da muss ich mir vorher nichts überlegen. Didaktisch sollte ich mir auf alle Fälle als Institution vorher überlegen, was ich eigentlich will. Also was ich überhaupt mit meinem gesamten Kursangebot will. Was ist meine digitale Lernstrategie sozusagen? Und es empfiehlt sich auch für jeden Kurs, der auf Moodle angeboten wird, zu überlegen, eine Strategie zu haben, was man will, was der Mehrwert ist. Wir haben im vorigen Webinar auch ausführlich vom Mehrwert gehört. Was ist der Mehrwert? Was ist das Wertvolle an dieser digitalen Ausführung des Kurses? Und dementsprechend gestalte ich den Kurs dann. Es soll nicht nur dieses, auch ein Zitat Martin, Dokumente aufgeladen, Dokumente abgeladen sein. Genau. Ich meine, das wäre auf jeden Fall mal kein wirklicher Online-Kurs. Das ist eine sehr banale Begleitung. Führst du auch nur einen richtigen Online-Kurs durch mit Moodle, der also keine Präsenzphasen hat und der also nicht diesem Blended Learning Konzept entspricht? Kurse, die ganz ohne Präsenzphase stattfinden, haben wir an den Volkshochschulen nicht. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Lehrgang zusammen mit Safe4Internet, wo wir so einen Trainerkurs für digitales Lernen für Senioren sozusagen, wo wir so etwas machen. Aber auch hier treffen wir uns einmal am Beginn, lernen uns kennen, haben dann in der Mitte mal einen Termin und am Ende. Aber könnte man sich vorstellen, einen Moodle-Kurs auch ohne Präsenzphasen? Selbstverständlich. Es ist nur für die Stadt Wien sozusagen, ist es nicht das Hauptbedürfnis der Lernerinnen, dass sie hauptsächlich online in einem Kurs sind, weil überall Volkshochschulen sind, aber überall hingehen kann und die Leute ja gerne ihre Leute auch kennenlernen. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, einen reinen Online-Kurs auf Moodle durchzuführen. Genau, also Almut schreibt hier, das funktioniert sehr gut und wird in einer Hochschule angeboten und ich kann mir das grundsätzlich auch vorstellen. Es ist so vielfältig, man kann so viel verlinken und so viele Aktivitäten machen, dass eigentlich nichts fehlt. Sehr gut. Ungarisch-Kurs? Ja, das war für mich auch ein bisschen widersprüchlich. Ich frage hier Almut, dass du Hildegund gemeint hättest, dass Moodle geschlossen ist, aber doch irgendwie öffentlich. Du hast darunter wahrscheinlich eine Kurs-Öffentlichkeit verstanden. Genau, weil ich hatte das Gefühl, dass wir mit dieser Videofrage, dass wir über Urheberrecht ein bisschen sprechen und das Urheberrecht unterscheidet zwischen Privatraum und öffentlichem Raum und manchmal hat man das Gefühl, wenn man in so einem kleinen Moodle-Kurs ist, wo nur zwölf Teilnehmerinnen sind, dass das ja eigentlich wie eine Privatveranstaltung ist. ist es aber nicht, weil sich diese, also sozusagen vom rechtlichen, das hat der Herr Michael Lanzinger mal gesagt, weil diese zwölf Leute sich nicht so auch treffen würden. Ja, das ist eine organisierte Veranstaltung und daher fällt es unter öffentlicher Raum. Das hat nichts damit zu tun, dass Moodle abgeschlossen von der Umwelt ist und das schätzen viele Teilnehmerinnen auch. Wenn man den Namen im Internet sucht, kommt nicht bei den Google-Hits Hildegund Hedgego Teilnehmerinnen im Englisch A1-Kurs. Also Interfern ist jetzt wirklich ein abgeschlossener Raum. Aber wenn man wollte, und ich meine, wir sind jetzt hier in einem offenen Kurs und auch das Webinar ist ganz offen, wir sind live auf Facebook. Man könnte Moodle auch so weit öffnen, dass es ein öffentlicher, offener Lernprozess auch sein könnte, wo man ohne Passwort zuschauen kann, was machen die denn da? Ja, es gibt einen Gastzugang. Aber ohne Gastzugang auch so im Web, so wie, keine Ahnung, an der Facebook-Seite öffentlich ist? Ich habe gelegentlich was im Internet gesehen, was so ist. Normal ist es nicht. Also, weil die, also vor allem wenn Moodle als Begleitkurs für etwas eingesetzt wird, dann haben die Leute ganz gern die Tür zu. Also so wie man auch, es ist einfach die Abbildung eines Klassenraums, wie man sich auch nicht gern im Klassenraum filmen lassen möchte und zuschauen lassen möchte. Aber es gibt einzelne Kurse, die ganz offen sind. Das stimmt schon, ja? Kann ja auch ein Konzept sein. Genau. Wir wollen jetzt offen kommunizieren und lernen. Und vielleicht andere Anregen mitzumachen. Genau. Gut, vielleicht letzte Fragemöglichkeit zum Moodle. Wir haben uns jetzt ein bisschen so die Meta-Ebene uns eigentlich angesehen. Ich bin mir nicht sicher, was da jetzt noch alles kommt und was ich vielleicht übersehen habe. Aber Martina macht ganz viel Copy und Paste hier. Ich sehe auch von Marc sozusagen einen reinen Online-Kurs konzipiert, den wir auch im Blended Learning einsetzen. Das passt natürlich super. Also das, hier kann man spielen, ja, mit wie blended und wie ganz online bin ich. Das setze ich dann einfach so ein, wie ich möchte. Kein Problem. Okay. Das hätte ich gerne ein bisschen präzisiert, was Nicole hier schreibt. Ich sehe eher das Problem darin, dass man keine Kontrolle darüber hat, was die Teilnehmer mit den Materialien machen. Das ist eine interessante Frage, die ja auch ganz bestimmt die Idee von OER betrifft. Dazu dann in ein paar Minuten vielleicht mehr. Das, glaube ich, verschieben wir fast in die OER-Diskussion. Prinzipiell ist es nur so, die Lehrerschaft, Lehrerinnenschaft in Österreich öffnet sich ein bisschen mehr inzwischen, dass man auch, also wenn ich Konditionalsätze erstelle, dass es auch jemand anderer verwenden kann. Aber es gibt schon die Angst, wenn ich eine besonders gute Übung erstelle, dass die Teilnehmer das weitergeben einfach. Und hier sitzt man noch ein bisschen auf den Materialien. Das ist auch wirklich eine Kulturfrage, würde ich sagen, fast. Genau, aber ich habe das Gefühl, je mehr die Leute davon profitieren, dass sie selber Materialien von anderen verwenden können, desto leichtfüßiger wird auch das eigene hergeben. Gut. Martina, ich hoffe, wir haben jetzt nichts Wichtiges übersehen, weil ich habe mich jetzt tatsächlich eher auf das Gespräch diskutiert und weniger auf das, was im Chat passiert ist. Genau, wie stellt man das ein, dass ein Kurs komplett offen ist? Da gibt es sicher irgendwelche Settings, oder Hildegond, wo man sagen kann, Ja, das kann ich jetzt momentan nicht beantworten. Geht, aber könnte ich vielleicht im Forum dann noch beantworten. Muss ich nachschauen, wie das geht. Gut, dann würde ich sagen, wir machen ein bisschen einen Sprung zum nächsten Thema, nämlich den Learning Apps. Da sehe ich, gab es bisher noch keine Fragen bei den Learning Apps. Aber vielleicht wollt ihr ein bisschen erzählen, was so gelaufen ist auf Facebook oder im MOOC-Forum zu den Learning Apps. Also, es gab jetzt prinzipiell keine speziellen Fragen. Also, sehr positive Kommentare zu den Learning Apps und zu den Übungen, dass es eben auch verschiedene Themenbereiche gibt, dass ich eigene Übungen erstellen kann, aber dass ich eben auch einfach Übungen adaptieren kann und suchen kann verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also, es war nur eine Frage eben auch, wie man das sozusagen auch machen kann, dass ich eine Gruppe erstellen kann, eine Klasse erstellen kann und da auch vielleicht schauen kann, wer hat welche Übung auch schon gemacht. Das waren so diese Fragen, aber zu Learning Apps sehr positive Kommentare und ich denke, es ist auch wirklich eine sehr gute Seite, weil es auch mit dem Erstellen relativ leicht funktioniert. Es kann natürlich nicht alles, aber es ist relativ einfach und relativ selbsterklärend und ich kann immer auch schauen, eine Übung gefällt mir gut, aber ich möchte sie ein bisschen adaptieren für meine Gruppe. Das kann ich dann immer auch machen und immer dann sozusagen weiter bearbeiten und diese Übung dann auch wieder veröffentlichen. Wer der jetzt fast 90 Anwesenden hier im Webinar hat dann schon eine Learning App erstellt und wenn ja, vielleicht gibt es auch einen Link dazu, dass wir uns hier auch ganz spontan noch ein bisschen Werbung für die eigenen tollen Learning Apps machen können. Habt ihr Überblick, sind Learning Apps erstellt worden im Rahmen des MOOCs? Im Forum gab es Links. Ein paar Rückmeldungen, ja. Weil es ist natürlich auch immer eine wichtige Sache, dass man dann die Tools auch ausprobiert. Sonst bleibt das immer ein bisschen abstrakt. Okay, Lies hat was erstellt, also bitte gerne den Link reinposten. Dann kann man einfach selbst draufklicken und sich die Werke anschauen. Okay, auch in der Berliner Begleitgruppe ist was erstellt worden. Also auch hier gerne den Link posten. Das ist natürlich super, zum selber probieren und einfach einmal auszuprobieren und zu schauen, wie das funktioniert. Man muss sie nicht gleich veröffentlichen. Man kann auch einfach einmal nur herumprobieren und schauen, wie das funktioniert. Vielleicht auch zuerst einmal mit den Teilnehmenden ausprobieren und dann auch veröffentlichen. Das ist natürlich auch möglich. Marianne, magst du auch noch ein bisschen was ergänzen? Was erstellst du für Learning Apps vielleicht? Wie schauen die aus? Was können die? Nachdem ich selber weniger unterrichte, erstelle ich wenig, aber wir haben... Mikronäher oder ein bisschen lauter sprechen. Ist okay, Bob? So ist besser, ja. Nachdem ich selber weniger unterrichte, erstelle ich nicht so viel. Ich zeige es eher den Trainerinnen, wie das geht. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, es gibt diese Möglichkeit, auch eine Gruppe zu installieren. Also da sind wir dann wieder in die Richtung von Moodle, für einen Kurs eine Gruppe zu erstellen und für die Gruppe dann auch Übungen reinzustellen, wo die Gruppe dann das auch lösen kann, wo die Trainerin dann auch sieht, wurde das gemacht oder nicht. Die Frage ist aufgetaucht im Forum, ob man damit eben auch so testen kann. Das ist eher nicht das Ziel von den Learning Apps, sondern da geht es wirklich eher darum, Übungen zu machen und das einfach auch spielerisch zu üben, spielerische Sachen zu machen. Also man kann sehr, sehr viele verschiedene Übungstypen machen. Also da gibt es ja relativ, da gibt es die Beispiele dafür, die man, ich glaube im Film auch so, also da gibt es verschiedene Arten von Zuordnungsübungen, Memories und so weiter. Also recht spielerisch auch. Man kann das aber mit diversesten Inhalten füllen. Also wenn man sich die Seite, die Website anschaut, sieht man ja auch die verschiedenen Schulfächer, die da drinnen vorkommen. Da ist es ja wirklich von Physik bis Sprachen bis, ja also wir sind halt eher in dem Bereich Deutsch als Zweitsprache unterwegs und für verschiedenste Zielgruppen. Also auch von Kindern, Erwachsenenbildung ist da alles möglich. Ich finde es schön, sich da einfach auch Beispiele gut anschauen zu können. Also so Ideen zu sammeln und zu schauen, was machen andere. Also das ist ja auch das, was die Hillig und vorher gesagt hat, die Lehrerinnen, die nicht gern veröffentlichen. Hier haben sie die Möglichkeit zu veröffentlichen. Also da ist eher der umgekehrte Zugang, dass Leute wirklich was, was sie machen, auch herzeigen. Und eine große Plattform eigentlich vorhanden ist, wo Leute wirklich verschiedenste, also umfangreiche, weniger umfangreiche. Man sieht dann, wenn man öfter rumsucht, Leute, die recht viele Übungen erstellen und andere, die halt einmal eine Übung probieren und die dann uploaden. Also es ist alles möglich und von dem her ist wirklich eine große Vielfalt drinnen. Also man kann sich da sehr vieles aussuchen. Und das Schöne ist, dass man wirklich einfach die Übung dann auch für die eigenen Lernenden gut einfach verwenden kann. Auch die stehen ja wirklich da frei zur Verfügung. Und die noch dazu, was wirklich eher selten auch ist, sofort adaptierbar. Ich kann sie verändern. Ich darf die Übung, ich kann die Übung sofort öffnen und sagen, ich will damit eine ähnliche Übung erstellen. Und ich packe meine Inhalte rein. Ich verändere die Bilder oder ich verändere den Text oder was auch immer. Das ist relativ leicht mit ein paar Mausklicks gemacht. Und das ist das Schöne dran. Also was sich unterscheidet von anderen Beispielen. Es ist eine große Plattform, die so ein bisschen aus dem Schulsystem auch kommt. Also da sind so viele Lehrerinnen unterwegs. Und so Lehrerinnen jetzt mit großem I. Und natürlich, das ist auch so nach Schulfächern sortiert ein bisschen. Aber da kann die Erwachsenenbildung durchaus auch interessante Anwendungen finden. Also da sind jetzt viele Ideen drinnen, die auch bei OER eine ganz große Rolle spielen. Bei diesen Learning Apps. Sind diese Apps dann, die man dort erstellt, auch unter dieser offenen Lizenz? Wie OER? Ja, wenn da drin stehen, stehen sie zur Verfügung. Also die sind ja dann veröffentlicht quasi. Aber die urheberrechtliche Frage wäre ja dann trotzdem nochmal eine andere. Das ist eine gute Frage. Also ich habe vor allem zufällig mir das Impressum von Learning Apps noch mal angesehen. Also ein Lizenzmodell ist da nicht hinterlegt. Trotzdem ist es offen zugänglich. Aber es ist sozusagen, die Betreiber der Plattform übernehmen auch keine Verantwortung für die Inhalte oder keine Gewährleistung. Aber wer das veröffentlicht, gibt es quasi frei. Aber es ist jetzt kein, die Nutzungsbedingungen sind nicht weiter mit einer Sissi Bayer oder Ähnlichem geregelt. Okay, also wir werden... Das ist eine Plattform, die dadurch, dass es eine Plattform ist, natürlich dieses Teilen sehr unterstützt. Ja. Aber wir werden das jetzt nicht urheberrechtlich zerlegen. Aber es wäre vielleicht ganz interessant gewesen, ob die dort auch so ein ganz klares Lizenzmodell haben, so wie das zum Beispiel jetzt Wikipedia hat. Gut. Letzte Fragemöglichkeit zu den Learning Apps. Hier sind auch welche. Die Angebotenen scheinen ab und zu absichtlich falsche Inhalte zu haben, schreibt Horst Schmidt. Dass man irgendwie wohin gelenkt wird, wo dann was anderes dahinter steckt. Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Ich denke eher manchmal, dass es einfach manchmal fehlerhafte Übungen sind, aber ich glaube nicht, dass das Absicht ist. Das ist etwas, wenn ich dann schnell was upload. Also wenn ich eine Übung mache und das passiert ja, also wenn ich eine Übung erstelle, egal auf dem Papier oder sonst wo, dass dann auch einmal ein Fehler drin sein kann. Ich denke eher, ich kenne keine, wo man jetzt absichtlich irgendwo ganz unsinnig hingelenkt wird, sondern dass es halt irgendwo mal recht viele Fehler vorgibt. Ich glaube, manche Frage und Antwort stimmen nicht überein, wo irgendwie Fehler drin sind. Aber das sind auch Fehler, die beim Erstellen, also wenn man das nicht gut genug anschaut, dass das einfach passieren kann. Also ich glaube eher so, ich würde es nicht für Absicht halten. Ich halte es eher für Flüchtigkeitsfehler, die man ja leicht korrigieren kann. Also durch diese Möglichkeit, die Übung zu adaptieren, kann ich das ja jederzeit dann auch ändern, wenn ich einen Fehler entdecke. Ein interessanter Aspekt hier bringt Marta ein. Sie sagt nämlich, um selbst die Übungen zu erstellen, hat sie die Befürchtung, dass dann irgendwie das Programm weg ist oder so. Verstehe ich das? Weil Klick 800 Übungen... Das habe ich gerade gesehen, ja. Das war ja auch, da gab es sehr, sehr viele Übungen. Ja, der technische Fortschritt wird uns möglicherweise schon überholen. Und das kann natürlich passieren. Und man begibt sich in einer gewissen Abhängigkeit natürlich von der Plattform, weil die Apps, die man erstellt, die laufen halt nur dort. Ja. Vielleicht auch noch eine Klarstellung, das heißt zwar Apps, aber es hat nichts mit Mobil zu tun. Nein. Also am Smartphone... Ich kann es verwenden, aber es ist jetzt keine App im klassischen Sinne. Aber es funktioniert am Smartphone auch? Ja. Okay. Also möglich ist das. Es ist schon auch, also viele Übungsformen sind auch so ein bisschen gedacht, dass man die eben auch mit Touchscreen gut verwenden kann. Dieses Ziehen, Dinge hin und her ziehen zum Beispiel, kommt das ja oft vor und das kann man ganz gut auch... Fein. Am Tablet oder Smartphone machen. Fein. Ich glaube, wir sollten, wenn das okay ist, zum nächsten Punkt kommen, das war die, jetzt wirklich eine Smartphone-App und zwar nur eine Smartphone-App, nämlich Phase 6. Phase 6 Hallo-App, wie ist das angenommen worden von unseren vielen MOOC-Teilnehmerinnen und Teilnehmern und was kann man dazu noch ergänzen? Also, was ich gesehen habe, es gab einige Rückmeldungen, dass eben Teilnehmerinnen gesagt haben, sie haben das jetzt runtergeladen und sie haben es Lernenden empfohlen. Und das ist genau der Punkt. Das ist eine App, die nicht unbedingt für die Trainerinnen gemacht ist. Da ist auch so der Nachteil drinnen, also die App funktioniert wirklich sehr, sehr aufbauend. Das heißt, wenn ich einmal beginne, ich kann nicht jeden Schrieb sofort von Anfang an setzen, sondern ich muss das wirklich so Stück für Stück durchmachen. Und die Schwierigkeitsgrade steigern sich, ich bekomme mehr Themen, ich bekomme mehr Wortschatz. Das heißt, es ist wirklich für Lernende zum Selbstlernen gedacht. Und da wird es auch sehr, sehr gut angenommen, das waren auch die Rückmeldungen im Forum, dass Leute gesagt haben, ich habe es jetzt meinen Teilnehmerinnen gezeigt und empfohlen. Und die waren sehr begeistert. Was mir gut gefallen hat, war diese eine Rückmeldung, dass ein Teilnehmer gesagt hat, er ist sehr, sehr überrascht, dass so eine große, gute App kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Also das muss man schon sagen, weil meistens sind Apps dann, die kostenlos sind, mit viel Werbung verbunden. Das kommt hier eben nicht vor. Das ist wirklich eine App, die auch gemacht worden ist, damit Deutsch Lernende war jetzt auch im Zuge natürlich von, von der Flüchtlingssituation, erstellt, dass Deutsch Lernende eben selber das nutzen können. Sie können ihre Erstsprache einstellen und können relativ eigenständig, unabhängig damit eine Basis, einen Grundwortschatz erarbeiten oder üben. Also man kann das ja auch gut zusätzlich zum Kurs verwenden. Fein. Also so war es gedacht. Zum Weiterempfehlen. Ja, also das ist die Einschränkung eben auch, zu sagen, das ist für die Lernenden, das ist jetzt nicht unbedingt was, was man gut verwenden kann in einer Kurssituation. Also weil man eben diese Abfolge hat und man nicht irgendwo zwischendrin sich was rausnehmen kann und sagen kann, ich probiere jetzt die Übung zum, keine Ahnung, zu den Talen oder zu den Körperteilen oder sonst was, weil ich davor dann die Übung schon gemacht haben muss und wenn ich aber schon weiter bin, auch nicht immer so willkürlich zurückziehen kann. Also ich bin in einem Ablauf. Und was auch lustig ist, ist, dass die App auch so den Lernumfang irgendwann begrenzt und sagt, so für heute hast du genug gemacht. Nicht schlecht, das ist nett. Das finde ich gut. Das finde ich auch sehr schön. Also es reicht jetzt, komm morgen wieder. Ja, achso. Unterbar. Eine schöne Geschichte. Ja, sehr gut. Vielleicht auch, das könnten wir noch machen, wer hat Apps in diesem Kontext, die vielleicht noch empfehlenswert wären oder kennt solche? Das könnte man vielleicht noch mal kurz in den Chat posten. Ja, weil ich bin mir sicher, hier in unserer Crowdmenge an Teilnehmenden gibt es sicher noch ein paar gute Ideen, die man hier zu dieser App so Alternativ-Apps, die man hier vorschlagen könnte. Ja, wenn es okay ist, dann wird es dann auch zum nächsten größeren Thema kommen, nämlich offene Bildungsressourcen. Und da haben wir hier ja den Martin Ebner in unserer Mitte, von dem ich weiß, dass er sich ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat. Und es gibt auch schon einige Fragen im Chat dazu, die ich gerne aufgreifen will. Eine, glaube ich, relativ weite Frage, aber wir starten trotzdem mit dieser, die vielleicht auch nicht ganz einfach ist. Begleitgruppe Frauen-Service fragt, hier darf man Unterlagen aus dem Internet in Seminaren verwenden, die nicht mit einer Lizenz gekennzeichnet sind. Aber vielleicht ist die Antwort auch gar nicht so schwer. Ja, also die Antwort ist nicht so ganz trivial. Also grundsätzlich einmal gilt im deutschsprachigen Raum der Urheberrechtsschutz. Das heißt also, das ist dann in diesem Fall, wenn also keine Lizenzangabe angegeben ist, ein urheberrechtlich geschütztes Dokument. Unabhängig davon, ob das im Internet gratis zu erfügen gestanden ist oder nicht. Wenn man jetzt dann ganz sauber arbeiten will, dann wäre es gescheit, eine Anfrage zu stellen, ob ich das Dokument also zum Zwecke der Lehre verwenden darf. Natürlich gibt es also Sondervereinbarungen wie an Schulen zum Zwecke der Lehre und Seminarraum ist eine geschlossene Gruppe und so weiter und so fort. Das heißt also, man kann also grundsätzlich davon ausgehen, dass es für den Zwecke der Lehre grundsätzlich funktioniert. Aber, und das große Aber, warum wir das ja auch an der Hochschule das große Problem haben dazu, ist, dass das Dokument dann nur eingesetzt werden darf. Das heißt, der Studierende kann sich zum Beispiel aus einem Lernmanagementsystem das Dokument herunterladen, kann es für sein Lernen verwenden. Aber er darf es nicht weitergeben natürlich, weil das wäre ein Weitergabe, ein Dritter, und damit würde der Urheberrechtsschutz ausgelöst werden und er würde sich straffbar machen. Und das ist alles kein einfaches Spiel. Und erwischen du das einfach den kleinen Mann oder die kleine Frau meistens. Und wir reden also da nicht von irgendwelchen unerhanhaften Dingen, sondern von Strafen in der Größenordnung von 2 bis 3 Monatsgehältern. Das heißt, wir sind von 2 bis 3.000 Euro. Und bei Seminaren, die ich also mache, können Sie eigentlich davon ausgehen, dass immer eine Person dabei ist, die aus welchem Grund auch immer schon einmal zahlen hat müssen. Also das ist also kein triviales Problem eigentlich. Und der Urheberrechtsschutz ist ein sehr starker Schutz im mitteleuropäischen Raum. Im Vergleich also zum amerikanischen Boden, wo also Fair Use gilt. Das gilt bei uns also nicht. Und daher ist also da große Sorge. Also ich persönlich rate immer an, eher schauen, dass man das bitte vermeidet. Sehr gut wäre eine Anfrage. Wenn eine Anfrage ist, dann bitte schriftlich, weil also mündliche Aussagen nützen dann vom Höchstrichter nichts. Und im besten Falle nehmen Sie bitte nur lizenziertes Material. Das ist quasi die Überleitung zu Open Education Resources. Das wird oft falsch verstanden. Also es geht mir also nicht nur darum, dass wir jetzt quasi der Welt alles schenken, sondern es geht darum, wenn wir möchten, dass eine Nachnutzung in welcher Form auch immer passiert, dass es dann bitte lizenziert ist entsprechend. Sie können ein Dokument ganz freigeben, also quasi unter Public Domain stellen. Oder Sie können im schlimmsten Falle draufstehen Copyright. Dann erspare ich mir jegliche Anfrage. Es ist vollkommen klar, was ich damit tun darf oder auch nicht. Und ich kann also einfach damit arbeiten. Und das ist im Sinne der Digitalisierung. Und das würde also dem gesamten Bildungsbereich wahnsinnig helfen. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen hin, schauen das an und wissen, was Sie damit tun dürfen. Und freuen sich, dass Sie es unter Namensnennung verwenden können. Das wäre doch die ideale Welt. Und ich sage immer, wenn jemand erstellt, und ich gehe davon aus, als Erwachsenenbildner, Bildnerin sind Sie also auch Ersteller von Inhalten. Und Sie überlegen sich einfach, was hätte ich gern, wie die Nachnutzung ausschaut, dann tun Sie einfach das Pickerl drauf. Weil das ist also an und für sich ein sehr kleiner Schritt. Und er hilft also wahnsinnig. Weil wenn die ganze Welt voll von diesen Dingen ist, dann tun wir uns einfach leichter. Welche Möglichkeiten jetzt im Sinne von offenen Lizenzen hat man jetzt als Erwachsenenbildnerin oder Erwachsenenbildner die eigenen Materialien der Welt zur Verfügung zu stellen? Also es gibt also, das fängt an bei der, das Offenste ist also CC0. Das heißt, ich verzichte nicht auf meinen Urheberrechtsschutz, aber ich sage, es darf alles mit dem Dokument gemacht werden. Mir ist das ganz gleich. Verkaufen Sie es, schneiden Sie es auseinander, schreiben Sie es was dazu, ganz egal. Sieh Sie bei, der nächste höhere Schutz würde heißen. Also schreiben Sie bitte dazu, dass das Format in Ebner kommt. Ja, machen Sie was Sie wollen damit. Und das verstehen wir unter wirklichen Open Education Resources, weil die sind also bei der Definition bei uns offen. Dann kommen die eingeschränkteren Lizenzen, die zum Beispiel eine kommerzielle Nutzung verbieten oder eine Veränderung verbieten. Und das muss man schon anmerken. Und auch ein SA gibt es auch noch. Also Sie müssen es unter der gleichen Lizenz weitergeben. Die kommerzielle Nutzung ist besonders in der Erwachsenenbildung natürlich ein Problem. In dem Moment, wo Sie als Trainer oder als Trainerin irgendein Geld bekommen, würde das einer Kommerzialisierung entsprechen. Das heißt, die Materialien fallen für Sie aus. ND nicht verändern, in der Regel auch, weil Sie dürfen mit dem Material nichts anderes machen, als wir lesen. Und das heißt, Sie können es eigentlich nur wieder zur Verfügung stellen. Und damit bleibt nur noch das SA, das die Wikipedia macht. Dort haben wir das Problem, wenn Sie diese Lizenz haben, dann müssen Sie das neue Material auch so zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie können nichts dazu tun und dann nachher sagen, naja, ich möchte nicht, dass das jetzt irgendwer anderer verwenden kann. Das wird also so nicht funktionieren. Das heißt, wenn jemand offen und frei arbeitet, dann macht der CC 0 oder CC bei. Auch mit dem Risiko, dass theoretisch, ich sage immer bewusst theoretisch, jemand anders damit Geld verdienen kann. Also bis heute hat mir keiner ein Beispiel sagen können, wo das tatsächlich passiert ist. Ich glaube, die Frage von Marta, die ist schon mehr oder weniger beantwortet, wenn es also jetzt Unterlagen gibt, ohne irgendeinen Urheberrechts- oder Lizenzhinweis, dann heißt das was, Martin? Ja, also man kann es in diesem geschlossenen Raum zur Verfügung stellen, aber nicht mehr und nicht weniger. Also man kann eigentlich nichts damit machen und man hat das Risiko, also bitte schreiben Sie in so einen Fall auf alle Fälle für die Leute dazu, Achtung, Urheberrechtsschutz. Weil wenn dann die Personen denken, ah, das ist aber toll, dass mir der Lehrerin das Material gibt und das dann irgendeinem Freund weiterschickt, sei es bei E-Mail oder ihm irgendwo das auf der Dropbox liegt, macht er einen Urheberrechtsschutz. Und das ist mein größtes Problem. Man hat also dann erfolgreich vom Lehrenden auf die Studierenden das Problem verlagert. Und das ist eigentlich nicht das, was ich will. Also da möchte ich bitte schon klar wissen, okay, das ist jetzt ein urheberrechtlich geschütztes Material. Und das kann ich nur deswegen nehmen, weil ich es in den geschlossenen Seminaren quasi zur Verfügung stelle. Und Zeitungen fallen da auch drunter. Nochmal Nachfrage von Martin. Ja, klar. Das ist eine ganz schöne Frage, die gefällt mir gut. Von Maria. Darf man das Original-CC-BY-Logo eigentlich kopieren? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, durch Copy unter meine Fotos und Texte einfügen. Also ist das CC-Logo? Also Sie haben auch, genau, auf Red Dead Comments. Oder unter welcher Lizenz steht das CC-Logo? Ich glaube, also wahrscheinlich würde das viel weiterführen. Das wäre eine Logodiskussion und eine Markendiskussion, die wieder eigene Gesetzmäßigkeiten haben. Aber natürlich ist also das Logo ist bewusst so. Das heißt, wenn man nämlich auf deren Webseite geht, kann man sicher die Lizenz auswählen. Und da bekommt man das Bildchen plus den Link quasi den Urheberrechtsbestimmungen dazu. Und das kann man natürlich in sein Dokument übernehmen. Das ist also kein Problem. Ich würde mal sagen, das steht unter CC-Null-Lizenz wahrscheinlich, oder? Ja, quasi, ja. Also das kann man nicht anders verstehen. Gut. Was passiert denn noch im Chat alles? Ich versuche das jetzt auch nochmal ein bisschen zu strukturieren. Wo kann man Informationen zu diesen CC-Lizenzen in Deutschland finden? Ich meine, die sind ja alle eine Spur unterschiedlich sind sie schon. Also erstmal die deutsche Rechtsordnung unterscheidet sich natürlich von der österreichischen hinsichtlich Urheberrecht. Aber auch die CC-Lizenzen sind, glaube ich, auch dann immer ein bisschen angepasst an die jeweilige... Ja, genau so ist es. Also die Idee war eigentlich, dass Creative Commons geht quasi in jedes Land und versucht, die Gesetzestexte jedes Landes zu integrieren. Und wir sind momentan in Österreich in einer etwas glücklicheren Lage. Das heißt also, bei uns ist es nicht ganz so scharf. Bei uns gibt es auch, kenne ich, diese Abmahn-Anwaltschaft, also wo einfach ein Anwalt sie abmahnen kann, ohne dass es einen Kläger dafür gibt. Also sind wir in Österreich davon nicht betroffen. Aber im Endeffekt ist jetzt, was die Gesetzmäßigkeiten und die Lizenzen betrifft, ein sehr ähnlicher Text. Und es ist sehr gleich. Also typischerweise hat man unter die e-creativecommons.org, ist also quasi der Klassiker. Ich habe also die Links mir vorher ein bisschen zusammen kopieren können, sodass ich es gleich da jetzt reinstecken kann. Und das andere ist, wo es gute Sachen gibt, gerade für Deutschland natürlich, ist, es läuft da momentan eine sehr große Ausschreibung und die wollen also auch jetzt einiges machen. Und das ist also der Jörer Musmeerholz, die also seine Insolationsstelle, gerade auch bei einem Hintergrund, nach dem die Kibin auch reinsteckt, wo man einiges findet. Und die arbeiten also ganz gezielt eigentlich an dem Gleichen wie ich, nur ich versuche es halt für Österreich voranzutreiben. Und in Deutschland gibt es also auch momentan ein 2-Millionen-Programm mit der Idee, also Informationsstellen zu OER zu geben und also dort natürlich laufend so Dinge anzusprechen. Da gibt es jetzt dann ein paar komplexe Fragen. Also zum Beispiel, wenn ich ein CC BY-Dokument erweitere und wieder unter CC BY veröffentliche, schreibe ich dann den anderen auch, oder schreibt man sich selbst als Autor dazu? Ja, also der Gesetzgeber sieht es so, dass wenn Sie also eine urheberrechtliche Leistung vollbringen, das heißt also nicht, indem Sie also quasi den Strich jetzt drunter schnell mal eine andere fortgeben, das würde wahrscheinlich keine eigene urheberrechtliche Leistung sein, aber wenn Sie zum Beispiel das Ursprungswerk grundsätzlich verändern, können Sie bei CC BY dann angeben, also wer jetzt dann quasi überarbeitet hat und der nächste müsste natürlich also auf beides verweisen und das übernehmen. Also Sie müssen einfach angeben, also steht dann unter Martin Ebner und die wirklich schönen Sachen sind es, wie wir es also jetzt bei diesem MOOC machen, wo sogar genau drunter steht, wie wir gerne hätten, dass Sie es zitieren. Also wenn Sie es sehr schön machen, dann schreiben Sie einfach drunter, wie Sie gerne hätten, dass Sie genannt werden, weil das Problem, das wir oft haben, ist, dass es unter CC BY steht, aber keiner weiß, wie man nennen soll und da muss ich mich auf dem Username oder auf die URL festlegen, weil irgendwas muss ich ja hinschreiben und wenn man es gleich hinschreibt und ich möchte Conedo 4.0 2017 stehen haben, dann weiß ich also, dass derjenige, der es übernimmt, wie ich weiterarbeiten kann. Jetzt hier noch eine gefinkelte Frage, die natürlich schon auch praktische Relevanz hat von Nicole. Man kann ja auch Materialien jetzt irgendwo hernehmen und ich schreibe ein CC-Logo drunter. Wie kann ich jetzt als Verwender dieser Informationen halbwegs sicher sein, dass das auch stimmt? Also, dass der Urheber tatsächlich da lizenziert hat und nicht irgendwer anderer für den Urheber da was freigestellt hat? Ja, also das sind jetzt die bösen Fragen. Also das, ja, Sie haben recht, also eigentlich ist es ein wirkliches Problem. Also ich könnte jetzt, also ich sage Ihnen einen anderen Fall, wo das, also glaube ich, ganz klar plakativ ist. Ich stelle was ins Internet, sage CC bei, macht was wollt ihr damit, warte dann, bis die ersten Personen meine hübsches Bild toll irgendwo einbetten, weil das war ein tolles Bild, hat noch niemand gesehen und das verwendet haben. Und würde jetzt auf der Seite sagen, aber das geht ja nicht, das verwendet schon ganz Österreich mein Bild und jetzt mache ich plötzlich einen Kopierschutz drauf auf der Webseite. So, und dann sage ich und ich verklage alle. Ja, weil die sagen, die nehmen jetzt mein Bild und schaut es auf meiner Webseite steht und das ist nicht erlaubt. So, jetzt haben Sie das Problem, jetzt steht tatsächlich Wort gegen Wort. Es sei denn, Sie haben eine Webseite gesichert, das würde der Gesetzgeber sagen. Also der Höchstrichter sagt, naja, Sie können ja wohl sichern, was damals war. Jetzt können Sie dann so Archivdienste im Internet bedienen und hoffen, dass es aufsteht, dass auf dieser Webseite tatsächlich einmal diese Lizenz war. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ich etwas veröffentliche, darf ich natürlich niemals die Lizenz mehr verändern. Ja, das wäre ja irgendwie unlogisch, also ich kann ja nicht nachher sagen, das ist ja das Strengere oder Sonstiges. Aber natürlich ist es ein graues Pferd. Es hat tatsächlich also einen Fall in Deutschland gegeben, aber das ist typischerweise nicht im Bildungsbereich, sondern also bei den Bloggern, der das versucht hat. Man hat ihn dann also nachweisen können, weil Sie wissen, Vergesslichkeit des Internets ist also nicht ganz so. Und deswegen kommt man grundsätzlich davon. Ja, also ich sage immer, es braucht einen gesunden Menschenverstand bei OER. Man darf sich also bitte nicht schizophren reden und irgendwelche Superfälle rausglauben. Die Rechtslage ist so und man kann nur schauen, wenn man sauber arbeitet. Ich habe da so eigentlich von niemandem gehört noch, der wirklich sauber gearbeitet hat mit besten Wissen und Gewissen und dann verklagt worden wäre. Also die Leute, wo ich wirklich Klagen gehört habe, das waren sehr, sehr plumpe Fälle, wo ganz klar ein Uerberrechtsschutz vorliegt. Und das ist also auch der Abmannanwalt in Deutschland würde niemanden verklagen, wo er sich nicht sicher ist, dass der Richter nicht gegen ihn botet. Und so muss man es, glaube ich, betrachten und das sage ich auch meinen Lehrenden immer mit gutem Gewissen, arbeiten Sie vernünftig, zitieren Sie, geben Sie den Uerber an, geben Sie eine Lizenz drauf und dann wird es am Ende vom Tag eigentlich eh gut ausgehen. Genau, gute Frage von Lothar Böhm. Ist Uer nur auf ein ganzes Dokument anwendbar oder auch auf bestimmte Teile? Also kann ich, wenn mehrere Personen an einem Dokument arbeiten, kann man sagen, na, aber ich will meinen Teil, der traditionelles Urheberrecht und der Nächste sagt, aber für mich unbedingt zieht sie null. Ja, also das ist natürlich jetzt sowas möglich. Sie können sagen, dieses Bild hat also diese Lizenz und alles andere ist urheberrechtlich geschützt. Ich würde halt bitten, dass es eindeutig ist. Also es ist oft dann schwer herauszufinden, von was die Person jetzt dann wirklich redet, aber grundsätzlich ist das möglich. Hanna, und da verstehe ich noch nicht so ganz den Kontext jetzt, wo kann man Videos hochladen, wenn man sie als OER, okay, ja, wenn man sie als OER nicht auf YouTube hochladen will, weil YouTube wahrscheinlich dann kommerziell und dann irgendwie vermarktet die Inhalte. Gut, das ist eine spannende Frage und das ist auch ganz wichtig. Also vielen Dank, dass man YouTube anspricht. YouTube hat keine OER-Lizenz. Noch einmal, YouTube hat keine OER-Lizenz. Wenn Sie heute ein Video auf YouTube laden, unterliegt es der sogenannten Standard-YouTube-Lizenz und die Standard-YouTube-Lizenz verbietet Ihnen zum Beispiel eine öffentliche Aufführung. Das ist ein Problem auf Universitäten. Das heißt, wenn ich heute ein YouTube-Video in einer öffentlichen Vorlesung, die ich öffentlich zugänglich zeige, mache ich eine Urheberrechtsverletzung. Es sei denn, der User wählt beim Upload aus, dass er bitte die Creative Commons-Lizenz will. Und wenn Sie da genau schauen, macht das fast niemand, weil es beim Upload ladet man rauf und schaut gar nicht, was eingestellt ist. Also YouTube erlaubt zwar, OER zu machen, aber das müssen Sie explizit einstellen. Und Sie können natürlich dann noch in der Notiz unten schreiben, es ist OER und Sonstiges, wie wir es jetzt bei IMUX haben, damit das völlig klar ist, ja bitte, verwenden Sie das. Aber in der Regel, wie gesagt, ist es kein OER. Es ist keine Freibildungsmaterial. Und das heißt, Sie können genauso wie bei jedem Dokument es nur anschauen. Und darum ist dieses Einbetten möglich, weil das ist ein Anschauen. Aber nicht so ein Runterladen und Selbstverwenden und Weiterverarbeiten, das können Sie alles vergessen. Wo sollte man dann Alternativen, fragt die Hannah, das war auch meine Frage jetzt gewesen. Also Alternativen in dem Sinn, also die anderen Video-Plattformen, also es geht ja immer um eine Plattform, die haben immer eigene Urheberrechtsbestimmungen und Sonstiges. Also das möchte ich jetzt etwas mehr sagen, also ich kann irgendwo OER-Videos, Sie können also generell auf YouTube raufspielen und sagen, es ist OER, also wenn man die Standard-Lizension ist, ist es kein OER. Ja, also das, beziehungsweise kann man natürlich hergehen und Vimeo bietet das Gleiche dann an am Ende vom Tag. Und auch bei Moodle, wenn ich es rein stelle, kann ich sagen, es ist unter dieser Lizenz oder es ist unter dieser Lizenz. Also es geht, also dieser Prozess ist eigentlich entkoppelt. Es gibt halt nur große Plattformen wie Flickr oder Pixabay oder Sonstiges, wo ganz klar ist, wenn Sie es da reinspielen, ist es so, weil die ganze Plattform unter dem agiert. Also das ist was anderes. Jochen schreibt, Vimeo scheint ja die möglicherweise bessere Alternative. Ja, aber ich meine, YouTube haben es halt den Vorteil, es ist halt mehr frequentiert, wenn Sie wollen, dass Sie Ihr Video verbreitet, dann würde ich eher auf YouTube gehen. Also das ist der andere Punkt natürlich. Eine interessante Frage auch hier noch von Horst Schmidt aus Bremerhaven. Gibt es Einschränkungen, wenn man Bildschirmbilder bzw. Bildschirmvideos erstellt? Also da geht es wahrscheinlich um Standardsoftware, im Sinne von Microsoft-Videos und so weiter. Ja, also das ist nicht hundertprozentig ganz gerade, also soweit ich es mitbekommen habe, grundsätzlich nicht, weil also der Gesetzgeber sagt, eine Word hat wohl jeder installiert und ein Word-Screenshotter kann mich nicht Microsoft verklagen. Umgekehrt gibt es natürlich dann diese Anwendungen, die vielleicht Spezialsoftware sind. Also Software, wo man sagt, naja, da muss man viel zahlen und Sonstiges und das ist schon sehr spezielles Wissen und wenn man das abbildet, dann gibt es vielleicht schon einen Web-Rechts-Schutz. Das heißt also, das ist ein bisschen im Graubereich. Das heißt also, wenn Sie von einem Standardprogramm ausgehen können, dann können Sie es einmal grundsätzlich machen. Bei sehr spezieller Software, die also vielleicht nur einen Tickler gibt und nur zehn Leuten verkauft worden ist, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Also Bildschirmvideos, das war auch eine wichtige Frage bei der Produktion des MOOCs. Wilfried, vielleicht magst du da noch etwas sagen, was wir da in Erfahrung bringen konnten? Ich weiß nur, es war kompliziert. Ja, wir haben natürlich für die Videos, in denen wir Tools vorgestellt haben und Apps und Programme und Online-Dienste auch versucht, diese Situation zu klären und das ist schnell immer komplexer, als man sich das erwartet, weil natürlich die unterschiedlichen Anbieter, Hersteller, Programmierer, Programmiererinnen da auch unterschiedliche Nutzungsbedingungen vorsehen. Das heißt, manche sind da recht freigebig und man findet das in den Lizenzbedingungen online, dass man das einfach auch abfilmen oder abfotografieren darf. Bei den meisten war es nötig, wirklich eine schriftliche Stellungnahme, ein schriftliches Okay auch von den Anbietern einzuholen. Wobei man das nicht mehr bekommt. Wobei man das nicht mehr bekommt, das ist richtig. Wir haben auch Anfragen gestellt, die unbeantwortet blieben und wo wir uns dann letztendlich behelfen mussten mit dem, was sozusagen über das Produkt publiziert ist von diversen Rechtsabteilungen und dann zu sagen, das ist okay, wir können das sozusagen auch abfilmen. Man findet zum Beispiel dann in den Bedingungen auch durchaus bei Softwareherstellern sowas wie, sie dürfen das schon, aber nur wenn wir gut wegkommen dabei, um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Also wenn man sich kritisch mit solchen Produkten auseinandersetzt, dann sollte man sich sicher vorher auf jeden Fall das okay einholen, dass man das nachher abfimmt und zeigt. Gut, also wirklich schwierige Frage. Bettina hat ja nochmal eine Nachfrage zu YouTube richtig verstanden. Wenn den Teilnehmerinnen der Link per Mail auf YouTube zumeile, dann ist das nur anzuschauen und keine Urheberrechtsverletzung. Also gut, also Link zu mailen ist nie ein Problem. Einbetten ist auch kein Problem. Wo wird es problematisch? Vorführen, vorführen, vorführen. Also das Groteske ist wirklich so, wenn ich es in der Vorlesung zeige am Beamer, dann mache ich eine Urheberrechtsverletzung, sage ich zu mir, studieren, zieht bitte alle euer Schmerzfone raus und schaut euch jetzt alle gleichzeitig das Video auf einem Telefon an und es ist rechtlich okay. Also das ist diese Perversität von dieser Veröffentlichungsgeschichte. Okay, also ich meine, das ist wirklich ein Endlos-Thema, diese Rechtsfragen, aber sie sind natürlich wichtig, dass man ein bisschen einschätzen lernt, wo könnten die Grenzen sein und wo wird es dann auch tatsächlich gefährlich. Also ich meine, wirklich gefährlich wird es, das kann man glaube ich sagen, wenn man einfach irgendwo ein Bild im Internet findet, das einem gefällt und man packt es auf die eigene Website, ja, das ist, das ist glaube ich wirklich gefährlich. Ja, also da dann besser wirklich auf Creative Commons Inhalte ausweichen. Wenn man den Link, nein, also den Link im Padlet bekannt geben, meinte ja Cornelia, wird genauso wenig ein Problem sein, wie irgendwo anders auf einem YouTube-Inhalts-Siegel. Links sind immer unproblematisch. Links ist kein Problem. Genau. Das war noch dieses komische Urteil von den Deutschen, die da irgendwas verlinken, herunternehmen wollten oder so, aber vergessen Sie, dass Links ist okay. Ich würde kurz einhaken vielleicht, weil der EB-MUG als solche ja auch unter einer offenen Lizenzstelle, eine offene Bildungsressource ist und auch unter CC-Py lizenziert ist, ja. Und wir sehen jetzt natürlich auch im Laufe der Wochen, wie auch mit dem Material schon umgegangen wird. Es gibt da viel Interesse, da freuen wir uns auch und es ist ja auch so gemeint, dass diese Videos, diese Anleitungen und so weiter frei verfügbar sein sollen für eine weitere Verwendung. Wir bitten aber darum, dass Sie sozusagen auch sich durchaus, und ich sehe, da gibt es auch einige Multiplikatorinnen, die auch hier sind im Webinar, sich da durchaus die Lizenzbedingungen anschauen, ja. Ja, denn, weil wir es frei lizenziert haben, heißt nicht, dass man alles damit machen kann, ja. Zum Beispiel das Logo des EB-MUG sagt etwas aus über das Produkt als solches. Wenn Sie das auf ein eigenes Produkt draufgeben, dann müsste es zumindest als Bildzitat verwendet werden, ja. Nur weil Sie frei lizenziert haben, ist es sozusagen kein CC-0, es ist kein beliebig verwendbares Ding. Das könnte auch an der User-Ire führen, sozusagen, und das ist ja nicht ein Zweck der Sache, wenn Sie sich daran halten und einfach die Lizenzangabe und die Urhebersetzung anführen, dann wird das immer gut klappen. Habe ich es richtig verstanden, das EB-MUG-Logo, das EB-MUG-Logo darf nur auf Produkte drauf, die der EB-MUG produziert hat. Und man darf jetzt nicht irgendwie selbst was produzieren und sagen, das war jetzt EB-MUG. Man kann es natürlich zitieren. Im Rahmen der freien Werknutzung kann man auch ein Bild zitieren, und ein Logo ist auch ein Bild, ja. Aber wir lizenzieren ja nicht Inhalte, die andere erstellt haben und sagen, nicht, und das wird natürlich auch, und das ist natürlich auch verständlich, dass andere, die so etwas sehen, dann zum Beispiel schließen würden, aha, da ist das EB-MUG-Logo drauf, aha, das gehört zu diesem MOOC und zu diesem Online-Kurs. Dem ist ja nicht so. Eine irreführende Verwendung ist durch eine freie Lizenzierung also nicht zulässig, ja. Da hätte man letztendlich auch dann wettbewerbsrechtliche Fragen noch mit dabei. Deswegen meine Bitte, einfach schauen Sie sich unsere Lizenz an und geben Sie es einfach an, dann ist auch alles im grünen Bereich. Ich freue mich, Birgit ist da. Gut, super. Ja, Birgit ist da. Sie sollte das Mikro auch mögen, hoffentlich. Mag es schon? Ja, wunderbar. Wo bist du, auf welchem Flughafen? Auf welchem Flughafen, Birgit? Es hat leider lang gedauert mit der Landung, und jetzt hat es noch mal länger gedauert, mir einen Hotspot einzurichten, weil da das Wi-Fi offenbar ganz schlecht oder übernachtet ist. Jetzt bin ich da und habe leider... Ja gut, aber es ist trotzdem ein schönes Beispiel für digitales Arbeiten und digitale Bildung. Also wir haben ja auch manchmal dann Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus Zügen, die Webinare machen oder sogar schon in Flugzeugen, in fliegenden Flugzeugen gehabt. Also über Island anscheinend gibt es Internet im Flugzeug. Ja, die großen Lufthansa-Maschinen haben das und das WLAN ist dort ausgezeichnet, weil das eh nur ein Warnwitziger macht. Und damit ist der Hotspot für mich alleine dort. Ja. Gut, also Martin, das nächste Mal aus dem Flugzeug. Ja, ich glaube, wir runden langsam das... Ja, darf ich noch ein Schlusswort, weil ich mich ja leider ausklicken muss, dann weg muss. Ich möchte noch auf den QR-17 verweisen. Wir führen also zum vierten Mal jetzt dann also einen Online-Kurs, einen MOOC, wenn Sie so wollen, zum Thema Open Education Resources durch, wo wir das Thema sehr, sehr intensiv noch einmal diskutieren. Das ist also für ein Weiterbildungsprogramm und also wer Interesse hat, möchte sich also bitte anmelden. Der Link ist hier gepostet, ab 2. Mai geht es los in vier Wochen, also ein bisschen kürzer, aber sehr kompakt. Und dort geben wir also sehr intensiv, also auch Angebote, was kann ich verwenden, wo gibt es denn OEA, wie mache ich OEA und so weiter. Also das wird hier alles ganz genau erklärt. Da war quasi der Kurs nur ein kurzes Anteasern des Themas. Danke sehr also von meiner Seite und ich darf mich verabschieden und muss zum nächsten Termin. Genau, danke Martin. Ich habe hier einen Link reingepostet zum QR-13. Das war mein erster MOOC vor vier Jahren, den ich intensiver mitgemacht habe. Und da kann man auch ein bisschen natürlich nachlesen und findet auch noch immer interessante und wichtige Quellen zum Thema offene Bildungsressourcen. Und alles, was in diesem MOOC damals passiert, ist natürlich auch unter einer offenen Lizenz. Gut, jetzt haben wir hier ein bisschen Tool-Fragen. Videoproduktion war ja auch immer wieder ein Thema. Die beste kostenlose Alternative zum Movie Maker. Movie Maker, glaube ich, muss man schon fast sagen, war ein Windows-Programm. Ein kostenloses, das eigentlich viele Jahre gut funktioniert hat. Ich weiß, dass wir eine Link-Liste zusammengestellt haben zu unglaublich vielen oder noch einigen zumindest. Videoproduktionstools und die sind ja auch schon im Chat. Darf natürlich dann gerne ergänzt werden im MOOC-Forum oder in den Facebook-Gruppen oder auch hier einfach im Chat. Ich kann nur sagen, für Mac tue ich ganz gerne den iMovie, heißt es, verwenden. Ist kostenlos im Mac-Betriebssystem. Also wird mitgeliefert mit dem Mac. Funktioniert eigentlich ganz gut für so die Basis-Video-Bearbeitung. Open Broadcaster Software wird hier auch noch genannt. Das ist überhaupt ein tolles Tool. Damit kann man viel mehr noch tun, nämlich zum Beispiel Live-Streaming auf Facebook. So ähnlich wie wir das jetzt hier auch tun. Stream Recording. Okay, moin, come on campus.de ist eine MOOC-Plattform. In welchem Zusammenhang wird hier reingepostet? Maria? No Pinnacle Studios. Das ist auch ein weites Thema. Vielleicht darf ich ganz kurz einen Dank an alle Beiträger und Beiträgerinnen einwerfen, die diese Videosammlung ja schon bei uns im Forum zusammengestellt haben. Das ist jetzt nicht unsere Sammlung, sondern es ist schon die Sammlung, die Sie alle und ihr alle da zusammengetragen habt, beim Versuch, unsere vier vorgestellten Tools einfach zu ergänzen durch praktikable, erprobte Videotools, die schon in Verwendung sind. Sehr gut. Birgit, wie ist eigentlich das Thema Video mit diesem Stichwort, das wir heute auch noch haben, Flipped Classroom verbunden? Naja, es wird halt oft in Kombination gesehen, wenn ich sozusagen das Klassenzimmer oder in dem Fall eben den Kurs, das Kurssetting umdrehe und versuche meinen TeilnehmerInnen erstmal Ressourcen zur Verfügung zu stellen, Lernmaterialien und Inputs zur Verfügung zu stellen und erst nachher mit Ihnen in einem Workshop die Inhalte zu diskutieren, dann liegt es oftmals nahe, dass ich diesen Content zunächst schon in Form von Videos zur Verfügung stelle. Das muss ich aber eigentlich gar nicht machen. Das ist eine häufig gewählte Form und die Videos kommen häufig über das Thema Flipped Classroom jetzt auch in die Erwachsenenbildung verstärkt. Aber eigentlich kann ich sehr gut eine umgedrehte Klasse, sozusagen umgedrehten Kurs, ein Flipped Classroom anbieten, auch mit offenen Bildungsressourcen. Also das muss gar nicht mit eigens produzierten Videos sein. Ich habe jetzt beispielsweise selber die Erfahrung gemacht, jetzt im letzten Jahr sehr eigentlich erfolgreich und positiv, dass ich unterwegs bin mit einem Rufseminar im Flipped Classroom Design, also in Österreich unterwegs gerufen werden kann und dort einfach Vorbereitungsunterlagen zur Verfügung stelle. Zunächst sind Links zum Beispiel auch zu YouTube-Videos oder Links zu anderen offenen Bildungsressourcen. Und ich habe da sehr genaue Anleitungen dabei, wie man sich gut vorbereiten kann auf den Workshop und wie man diese Ressourcen nutzen kann. Und dann vor Ort in den eigentlichen Workshops, also im Flipped Classroom sozusagen, wird dann gemeinsam eben diskutiert, wie diese Unterlagen, die ich vorab ausgeschickt habe, mit einer Anleitung zur Verwendung, wie die dann auch empfunden werden, beurteilt werden, wie sie eingesetzt werden können, wie die Teilnehmerinnen mit ihnen umgehen wollen. Also das ist nicht unbedingt an eigene Videoproduktion gebunden, natürlich, sondern geht auch sehr gut mit offenen Bildungsressourcen, die schon da sind. Das ist klasse. Aber natürlich, wenn ich ein sehr genau zugeschnittenes Video haben will, dann muss ich das selber produzieren. Dürfen wir kurz wissen, zu welchem Thema du dieses Seminar anbietest? Das ist zum Thema offene Bildungsressourcen für die Basisbildung und für den DATS-Unterricht. Also es ist ein zum Thema offene Bildungsressourcen, wobei wir dort den Begriff ein bisschen weiter fassen. Also wir haben dort schon auch zum Beispiel Arbeitsblattgeneratoren dabei, die ja keine offenen Bildungsressourcen im engeren Sinn sind, sondern einfach Instrumente, mit denen man Arbeitsblätter produziert oder zum Beispiel eben Apps, ähnlich wie die Phase 6 Allo App für Deutsch, aber auch andere, eine ganze Reihe anderer. Sehr gut. Ja, 2016 in Linz, wie ich lese gerade von Ingrid Zweig. Genau, seit haben wir uns gesehen. Sehr schön. Birgit, kann man eigentlich sagen, dass der MOOC oder die Begleitwebinare oder das Gesamtangebot auch irgendwie eine Flipped Classroom Format hat? Weil ich meine, es werden Videos angeboten und Materialien und jetzt haben wir die Möglichkeit zu diskutieren. David, du spielst mir da den Ball sehr schön zu. Ich kann eigentlich nur Ja sagen. Selbstverständlich ist es so. Das ist eigentlich ein Beispiel für Flipped Classroom, dadurch, dass Webinare dabei sind. Auch dadurch, dass Begleitgruppen eigentlich im Idealfall von einer guten Vorbereitung der TeilnehmerInnen ausgehen können und mit den TeilnehmerInnen das, was bis zum Treffen der Begleitgruppe schon individuell erarbeitet worden ist, dann diskutieren. Also man kann auf einem anderen Level starten, sobald man zusammengekommen ist, so wie in der Begleitgruppe oder jetzt hier im Webinar. Wer hat denn vielleicht auch noch Erfahrung gemacht, hier von immer noch über 80 Teilnehmenden mit dem Flipped Classroom Format? Wer setzt das ein und vielleicht auch noch irgendwie ein spezieller Aspekt des Einsatzes? Aber es geht auch einfach mal, ja, ich tue schon in diese Richtung arbeiten in meiner Praxis. Dass wir so ein bisschen Einblick bekommen. Oder ist es noch, doch noch, ich mache am Beginn der Stunde ein Kahoot-Quiz, ja, aber das ist schon tatsächlich in der Präsenzstunde, also das ist nicht vorgelagert dem eigentlichen Kurshildegrund. Ah, die es angeschaut haben, also schon vorher. Vorher gibt es ein Video, gut. Wir haben einen Versuch zum Thema Projektmanagement, okay, gestartet. Und dort offenbar auch unseren Flipped Classroom Approach. Ja, vorher mit Moodle. Aha, okay, wenn man das Video nicht gesehen hat, dann kann man immerhin noch im Quiz ganz schnell auf den gleichen Stand alle bringen. Mehr oder weniger. Video mit Übersicht zum Modul ist sehr motivierend. Schreibt Gastrei, genau, irgendwo habe ich auch gesehen, Video ist the new language of learning. Und, ja, das wird schon stimmen. Aber Video hat natürlich auch Grenzen. Ich meine, die Kombination wird es machen. Es kommt ja ganz oft einfach aufs pädagogisch-didaktische Design an, so wie das Hildegrund ja in ihrem Video, in unserem Interview-Video so schön, Frau Hetzko sehr schön betont hat. Viele Blended Learning-Angebote sind Flipped Classroom, wenn man sie entsprechend nutzt, also wenn man zunächst die Unterlagen und Videos und so weiter zur Vorbereitung verteilt und sich dann trifft und wenn man nicht nur den Workshop-Inhalt im Nachhinein anreichert durch Lernmaterialien. Ich meine, ich glaube, Gertrud hat wahrscheinlich den, hat das Ganze auf den Punkt gebracht. Ich meine, der große Unterschied ist es jetzt nicht, ob das jetzt ein Video ist oder ein PDF. Es geht darum, dass vorher was angeboten wird und dass dann die Präsenzzeit irgendwie für mehr Interaktion oder ausprobieren. Oder, Birgit, würdest du das auch so sehen wie Gertrud? Ja, also ich weiß auch, dass Frau Kamper im Bereich der, der Basisbildung ja da auch auf ein großes, oder Alphabetisierung, großes Know-how zurückblickt und ich kann da eigentlich nur zustimmen, natürlich. Das ist so. Es kommt darauf an, dass die Teilnehmer, Teilnehmerinnen das vorher durcharbeiten. Mit Videos kann man ihnen das schmackhafter machen, aber Videos sind natürlich nicht das einzige Angebot und die einzige Möglichkeit, ihnen das schmackhaft zu machen und sie zu motivieren, die Dinge vorher durchzuarbeiten. Aber viele Menschen stehen einfach auf die Videos. Ja, also das ist die Frage, man sagt, das ist einfach die schmackhaftere und da kann man erreichen, dass eigentlich dann wirklich viele das anschauen. Und weil David gesagt hat, dass es an die Grenzen stößt, alles stößt an seine Grenzen, was nicht wirklich von der pädagogischen Beziehung und vom pädagogischen Sinn durchdrungen ist. Ich bin immer jedes Jahr in Berlin auf dieser Online-Eduka, wo viele ganz kluge ältere Herrschaften international, ganz viele aus Amerika über die Pädagogik berichten und das E-Learning und das Digitale und alles. Und bei einem Vortrag fragt man dann einen der jungen Studenten, die da immer die Technik aufstellen, ja, welche Lernformen wünschen Sie sich und was ist für Sie das Allerwichtigste? Und der sagt, ein guter Lehrer. Und es geht um das und das Elektronische, das Digitale, das hilft uns und beschwingt uns und fördert das Ganze. Aber natürlich hat es Grenzen, ja, das ist ganz klar. Wir kriegen da gerade eine schöne Empfehlung rein, die er unterstützen möchte. Das ist das Video von Christian Spannagel. Also ich denke, das ist wirklich sehr gute Information dazu. Es ist wirklich die einzige Sache, schau. Da freut sich noch, wer sie ist. Genau, vielleicht findet auch jemand den Link. Also Christian Spannagel hat da, glaube ich, viel getan, um dieses Format zu promoten. Und eben auch sehr schön erzählt, die eigenen Erfahrungen dann in Form von Videos. Und der Kollege, der das bestätigt, was wir auch schon betont haben in unserem Gespräch, Frau Hetschko, Technik allein macht das schlechten Unterricht, keinen guten Unterricht. Also die Technik allein ist es einfach nicht. Man muss sich das Ganze sehr gut durchdenken. Einfach nur, also sozusagen jetzt einfach Videos zu verteilen, so wie man früher manchmal Moodle als reine, zum Beispiel Moodle als reine PDF-Schleuder verwendet hat, das ist alles nicht ausreichend. Das braucht wirklich so die Kombination. Gut, ich glaube, langsam können wir auch unsere heutige Session abrunden. Ja, letzte Möglichkeit dann für Fragen, Kommentare oder vielleicht auch ganz sonstige Anliegen noch an den MOOC. Überhaupt geht ja der MOOC nächste Woche in die Schlussrunde. Da startet das letzte Modul. Ebenso findet nächste Woche auch das letzte Webinar statt. Genau heute in einer Woche nämlich bereits zum Thema Online-Beratung, Online-Bildungsberatung, Begleitung. Da wird dann auch verstärkt hier dieses Webinar-Format ein Thema sein. Also diese Live-Online-Aspekte. Es wird dann auch die Möglichkeit geben, allgemeine Fragen oder so die eher auf der Metaebene angesiedelt sind, zu diskutieren, die jetzt in den dichteren Einheiten wenig Platz gehabt haben. Naja, gut. Vielleicht dürfen wir auch noch verraten, sozusagen, wenn du kurz etwas antiesern, vielleicht dürfen wir auch noch verraten, dass wir nächste Woche nicht einmal das letzte Video zeigen möchten, sondern dass es in dieser allerletzten Einheit, sozusagen der Postproduktionseinheit, wir haben sie ja genannt, Teilnahmebestätigungen und Badges, dass es dort auch noch mal ein Video zum Thema Zukunft der MOOCs, DSEB, MOOCs und so weiter geben wird. Brauche ich mich schon drauf. Ja, Thema Video noch als letztes Stichwort. Wir wollen gerne wieder so viele wie möglich per Video jetzt hier auf die virtuelle Bühne holen. Und jetzt bin ich gespannt, wer die oder der Erste ist. Michi ist der Erste, der sich hier auch im Bild zuschaltet. Also alle haben jetzt Videorechte und dürfen winken. Wir verabschieden uns hier vom dritten Begleit-Webinar im Rahmen des EB-MOOCs. Wir freuen uns auf die letzte Runde. Und sind gespannt auf ein Wiedersehen am Mittwoch. Genau in einer Woche um dieselbe Zeit. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie viele Bilder wir schaffen. Und das ist super bei Rosa. Da sieht man, da ist eine Begleitgruppe anwesend, oder? Weil da läuft der Beamer. Nicht schlecht. Wunderbar. Gut, dann auf Wiedersehen allerseits. Schöne Tage. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.